Das war der Mob, wo wir immer Ding aufheben mussten, und wir da irgendwo reinbringen mussten. Ja, manchmal geht es gar nicht raus irgendwie. Also wir müssen auf jeden Fall hier hinten den Ventilator da, ne, nicht den, den da. Ah, kann ich nicht anbisschen. Den Ventilator ausmachen. Oder anmachen, keine Ahnung. Was machen die anderen beiden, weißt du das? Das haben wir letztes Mal nicht rauskriegen können, wirklich. Weißt du auch nicht, echt. Lange ein, einmal den Ventilator anmachen und das Gift nicht kommt. Wäre schön, dass du ohne mich anfängst, krieg ich. Ach, du kommst jetzt nicht mehr rein, gell? Ne. Warte, hier. Oh doch, innen drin. Da hab ich eben rein gecheatet. Ventilator? Oh ja. Kann ich die Dinger nicht nehmen? Na, du musst hier einfach den Ventilator anmachen, da wo ich grad stehe. Muss ich die vorher gar nicht mehr laden, oder was? Äh, ich weiß nicht, manchmal sind sie nicht geladen, aber ich weiß nicht wieso und manchmal nicht geladen sind. Also ich hab so keinen Plan, eigentlich. Ja, dann bist du bei uns richtig. Gut, ja. Und bin auch gleichzeitig der Schlechteste im Jumping Puzzle. Das ist auch schon mal gut. Ach, der ist ja easy, ey. Muss eigentlich nur Gift ausweichen und... und den Ventilator machen. Gut, ja. Gut, ja. Gut, ja. Gut, ja.